Das sind die letzten 52 Plakate, die es in die engere Auswahl geschafft haben. Bis zum 22. Januar können Sie Ihr Lieblingsplakat für die Wiesn 2019 wählen, mit dem die Stadt München für das Oktoberfest werben wird. Es sind die Stimmungs- und Motivationsträger für das Oktoberfest. Und die werden in zigtausenden von Plakaten in der Stadt, aber natürlich auch überregional, verteilt. Sie werden Gegenstand sein des berühmten Oktoberfest-Sammlerkruges und sind auch Gegenstand in der Online-Werbung für unser Oktoberfest. Nur die 30 beliebtesten Plakate schaffen es in die Endauswahl. Hier mittelt eine Fachjury den Sieger des Plakatwettbewerbs. Die Jury setzt sich aus Vertretern aus Werbung und Design, der Gastronomie und des Handels sowie dem Stadtrat zusammen. Anfang Februar wird der Gewinner oder die Gewinnerin dann bekannt gegeben. Es sind auch wieder eine Reihe von Kriterien. Zunächst einmal muss natürlich das Thema Oktoberfest in geeigneter Art und Weise transportiert werden. Dann ist es uns sehr wichtig, dass die beiden Elemente, einerseits die Schaustellerei und die Gastronomie, auf dem Plakat in geeigneter Weise wiedergegeben werden. Dann sind es technische Fragen, inwieweit die Veröffentlichung dieses jeweiligen Motivs wirklich nach technischen Kriterien gut geeignet ist. Und es muss natürlich eine herausragende designerische oder grafische Qualität haben. Seit 1952 schreibt die Landeshauptstadt als Veranstalterin des Oktoberfests jährlich ein Wettbewerb für das Plakatmotiv aus. Es lohnt sich selbstverständlich auch. Wir verlosen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zweimal fünf Plätze im Schottenhammelset auf der Ratsboxe am Feiertag am 3. Oktober. Zum einen und fünf auch Sammlerkrüge. Also es lohnt sich wirklich mitzumachen. Und man ist Teil der Oktoberfest-Familie und hat wirklich den Einfluss, dass diese Vorauswahl stattfindet, welche Entwürfe überhaupt erst in die Fachschirche hineinkommen. Eine Woche lang können Sie noch Ihr Lieblingsplakat für das größte Volksfest der Welt wählen.